Herzlich willkommen zurück zu anno 2205. So, wir sind hier kräftig am aufrüsten gewesen. Also, wie läuft das Geschäft? Zumindest bis eben. Denn jetzt läuft es irgendwie wieder nicht ganz so toll. So wie ich das gerade hier sehe, fehlt uns einfach ja ein zweites Firmenhauptquartier. Und da bin ich jetzt echt am überlegen, ob ich das dann einfach hier reinsetze. Ach verdammt, falsche. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Strom. Und dann... Ja komm, gehen wir auf 14.000. So. Ausreichend würde ich mal behaupten. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Es ist ein guter Tag. Flotte trifft ein. Machen wir ganz anders. Wenigstens ein bisschen was. Können wir später immer noch gucken, dass wir das mal ein bisschen hübsch machen. Ach, haste nicht. Von hier oben hat man einen großen. Kein Stahl. Also diese elenden Baumaterialien als Dach. Ja, ich regne mich jedes Mal darüber auf. Nein, Quatsch schluss ich voll, bitte. So. Dann würde ich mal sagen... ...setzen wir uns jetzt hier einfach nochmal eins hin. Und dann ist die Sache auch gegessen. Ein bisschen schneller, bitte. Okay. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Warnung. Energieknappheit. Energieknappheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, das ist ja geizig Die Firmenaktien steigen Untertitelung des ZDF, 2020 Die Firmenmarkte werden immer beliebter So, jetzt geht alles ins Minus Oha, jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen was zu tun Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen Ich würde mal sagen, erstmal beim Wasser Da haben wir hier noch einmal So, Wasser hätten wir Dann Ja, wir gehen einfach mal die Liste eben schnell durch So Ja, Säfte müssen wir definitiv machen Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir da jetzt Ja, 1050 Da machen wir einfach 100 Dann ist das abgedeckt Okay, Neuroimplantate müssen wir definitiv machen Parameter werden erneuert Ansonsten, ja, es geht eigentlich Das meiste haben wir ja alles liegen Das ist auch okay Da gehen wir auf 60 Transferroute wird überarbeitet Sicher Die Netzwerkoptimierung ist ein fortlaufender Prozess Gut Ich werde die Route aus dem Register löschen Dadurch werden Kapazitäten frei So Wir kümmern uns jetzt ganz schnell Um Biokost Äh Ja, okay Ja, das ist ja ein Quark Parameter werden erneuert Ich wundere mich gerade Überall plus Nur auf dem Lieferplaneten haben wir nichts Transferroute wird überarbeitet Das haben wir Da haben wir ja überall überhaupt keine Fruchtsäfte 22 Transferoptionen werden aktualisiert Schön überall im Minus Wundere mich gerade Transferoptionen werden aktualisiert So Die werden wir auf jeden Fall machen Das haben wir Das ist okay Klamotten haben wir noch ein paar Aha Ja, ganz gut Das wir mal hier einmal so auf die Schnelle Wo haben wir denn hier Der olle Androidenkopf Da Machen wir mal 12 Parameter werden erneuert Gut Dann brauchen wir jetzt Über 200 Fruchtsäfte Da gucken wir mal Da gucken wir mal Dass wir die auf die Schnelle Jetzt noch Ausgebaut bekommen Und dann Dürfte das Eigentlich auch gut sein Transferroute wird überarbeitet Dass die so viel Platz einnehmen hier Also das ist auch Ja, ist mit dem Dorn im Auge Oder vielleicht kaufen wir uns die ein Space Shuttle dockt an Weitere Investitionen in Forschung möglich Transferroute ineffizient Ursache Fehlende Waren Transferroute ineffizient Transferoptionen werden aktualisiert Parameter werden erneuert Züüüü So, mal gucken, wie lang 2.25 Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung Transferroute leidet unter Transferroute leidet unter